Dann wird man vergleichen das Königreich der Himmel zehn Jungfrauen, die ihre Fackeln nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf besonnen. Denn die Törichten, ihre Fackeln nehmend, nahmen nicht Öl mit sich. Die Besonnenen aber nahmen Öl in den Behältern mit ihren Fackeln. Beim Verziehen aber des Bräutigams nickten sie alle ein und entschliefen. In der Mitte der Nacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, kommt heraus ihm entgegen. Dann erwachten alle jene Jungfrauen und putzten ihre Fackeln. Die Törichten aber sagten zu den Besonnenen, Gebt uns ab von eurem Öl, da unsere Fackeln verlöschen. Als Antwort aber sagten die Besonnenen, Nein, damit nicht uns und euch nimmer genüge. Geht vielmehr zu den Verkäufern und kaufet für euch selbst. Da sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen ein mit ihm zu den Hochzeitsfeiern, und die Tür ward verschlossen. Hernach aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Als Antwort aber sagte er, Wahrlich, ich sage euch, nichts weiß ich von euch. So wachet nun, da ihr nicht wisset den Tag noch die Stunde. Denn es ist ebenso wie ein Mensch, der verreist. Er ruft seine eigenen Sklaven und übergibt ihnen sein Besitz. Und dem ein zwar gibt er fünf Talente, dem anderen aber zwei, dem anderen aber eins, einem jeglichen nach seiner eigenen Kraft und verreist geradewegs. Der aber die fünf Talente bekommt, geht hin und handelt mit ihnen und gewinnt andere fünf Talente. In derselben Weise auch der die zwei hat, auch er gewinnt andere zwei. Der aber das eine Talent bekommt, geht hin, gräbt in der Erde und verbirgt das Silber seines Heeren. Nach viel Zeit aber kommt der Herr jener Sklaven und rechnet mit ihnen ab. Und da Herr zukommt, der die fünf Talente bekommt, bringt er andere fünf Talente herzu und sagt, Herr, fünf Talente übergabst du mir, siehe, andere fünf Talente gewann ich zu ihnen. Sein Herr aber entgegnet ihm, Wohl, du guter und treuer Sklave, über wenigem warst du treu, über viel werde ich dich einsetzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Da kommt aber auch Herr zu, der die zwei Talente bekommt und sagte, Herr, zwei Talente übergabst du mir, siehe, andere zwei Talente gewann ich zu ihnen. Sein Herr entgegnete ihm, Wohl, du guter und treuer Sklave, über wenigem warst du treu, über viel werde ich dich einsetzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Da aber auch Herr zukommt, der das eine Talent hat bekommen, sagte er, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, erntend, wo du nicht sehst und sammelnd, von wo du nicht ausstreust. Und mich fürchtend, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Als Antwort aber sagte sein Herr zu ihm, Böser und träger Sklave, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht sehe und sammle, von wo ich nicht ausstreue. Nun musstest du mein Silber bei den Bankhaltern anlegen und da ich kam, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. So nehmt nun von ihm das Talent und gebt es dem, der da hat, die zehn Talente. Denn jeden, der da hat, dem wird man geben und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, auch was er hat, wird man von ihm nehmen. Und den unbrauchbaren Sklaven werfet hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne. Wenn aber der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit und alle die Heiligen boten mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und es werden versammelt sein vor ihm die Nationen alle. Und er wird sie sondern voneinander, ebenso wie der Hürde die Schafe von den Zicklein sondert. Und er wird zwar die Schafe zu seiner rechten stellen, die Zicklein aber zu seiner linken. Dann wird der König reden zu denen, zu seiner Rechten. Herzu, ihr Gesegneten meines Vaters, genießet das Losteil des Königreiches, das euch bereitet ist vom Niederwurf der Welt an. Denn ich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr tränket mich. Ein Fremdling war ich und ihr führet mich ins Haus, nackend und ihr umhüllet mich. Ich war hinfällig und ihr besuchet mich. Ich war im Kerker und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten als Antwort ihm sagen, Herr, wann gewahrten wir dich hungernd und nährten dich oder dürstend und tränken dich? Wann aber gewahrten wir dich als Fremdling und führten dich ins Haus oder nackend und umhüllten dich? Wann aber gewahrten wir dich hinfällig oder im Kerker und kamen zu dir? Und als Antwort wird der König ihn erwidern, Wahrlich, ich sage euch, insofern als ihr es tatet, einen dieser geringsten meiner Brüder, tatet ihr es mir. Dann wird er auch reden zu den zu seiner Linken. Geht von mir, ihr Verfluchten, in das äonische Feuer, das bereitet es dem Widerwürger und seinen Boten. Denn ich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen, mich dürstete und ihr tränket mich nicht. Ich war ein Fremdling und ihr führet mich nicht ins Haus, nackend und ihr umhüllet mich nicht, hinfällig und im Kerker und ihr besuchet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann gewahrten wir dich hungernd oder dürstend oder einen Fremdling oder nackend oder hinfällig oder im Kerker und wir dienten dir nicht? Dann wird er ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, insofern als ihr es nicht tatet, einem dieser Geringsten, tatet ihr es mir auch nicht. Und diese werden hingehen in äonische Strafe, die gerechten aber in äonisches Leben. Und es geschah, als Jesus alle diese Worte vollendet, dass er sagte zu seinen Jüngern, Ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passer wird und der Sohn des Menschen wird überliefert, damit er gekreuzigt werde. Dann wurden versammelt die Priesterfürsten und die Ältesten des Volkes in den Hof des Priesterfürsten, der der heißt Kaifers, und sie berieten, dass sie Jesum mit Betrug sollten fassen und töten. Sie sagten aber, nicht auf das Fest, auf das nicht ein Tumult werde unter dem Volke. Da sich aber Jesus in Bethanien befand, im Hause Simons des Aussätzigen, kam zu ihm ein Weib. Die hatte ein Alabasterfläschchen wertvollen Würzöls, und sie goss es auf sein Haupt, als er lag zu Tische. Da aber seine Jünger dies gewahren, sind sie entrüstet und sagen, Zu was dieses Umkommen? Denn man konnte dieses für viel veräußern und den Armen geben. Da es aber Jesus erkannte, sagte er zu ihnen, Was verursacht ihr Mühsal dem Weibe? Denn ein edles Werk wirkt sie an mir. Denn immer habt ihr die Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Denn diese, da sie sprenget dies Würzöl auf meinen Körper, tut es zu meiner Bestandung Wahrlich, ich sage euch, wo man auch dies Evangelium hier rollten mag in der ganzen Welt, wird man auch sprechen von dem, was diese tut, zu ihrem Gedenken. Dann ging einer von den Zwölfen, der da heißt Judas, der Iskariote, zu den Priesterfürsten und sagte, Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch verraten. Sie aber wägen ihm da dreißig Silberstücke. Und von dann an suchte er günstige Gelegenheit, auf das er ihn verriete. Am ersten Tage aber der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten zu ihm, Wo willst du, dass wir für dich bereiten, dass du das Passer essest? Er aber sagte, Geht hin in die Stadt zu dem und dem und sage zu ihm, Der Lehrer sagt, Meine gebührende Zeit ist nah, Bei dir halte ich das Passer mit meinen Jüngern. Und es tun die Jünger, wie Jesus mit ihnen abmacht, und bereiten das Passer. Da es aber Abend geworden, lag er zu Tische mit den zwölf Jüngern. Und da sie aßen, sagte er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und überaus betrübt fangen sie an, zu ihm zu sagen, ein jeglicher von ihnen, Ich bin es doch nicht etwa her. Als Antwort aber sagte er, Der da eintaucht mit mir die Hand in die Schüssel, dieser wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, so wie es geschrieben ward von ihm, Wäre er aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Schön wäre es ihm, wenn er nicht geboren wäre, jener Mensch. Als Antwort aber sagte Judas, der ihn verrät, Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi, sagt Jesus zu ihm, Du sagst es. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, segnete und brach es und gab es den Jüngern und sagte, Nehmt, esset, dies ist mein Körper. Und er nahm den Becher, dankte und gab ihn ihnen und sagte, Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut des neuen Bundes, für viele vergossen zur Erlassung von Sünden. Ich aber sage euch, nimmermehr sollte ich von jetzt an von diesem, dem Ertrag des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tage, wenn ich ihn neu mit euch trinke, im Königreich meines Vaters. Und lobsingend ging sie aus auf den Ölberg. Nur ein Tor lehnt zur Rechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja, Kapitel 5, Vers 20-21 ist folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen agieren, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen. Schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de ... ... ... ...